Moin Leute, was geht? Ich wollte mal ganz kurz sagen, dass ich jetzt live bin auf Twitch. Link zum Stream in der Beschreibung. Und nebenbei läuft ja hier England gegen Italien. Ich bin sehr gespannt, wer gewinnt. Gerade eben die 2.3.1.0 für England. Aber mal schauen. Wie gesagt, kommt zum Stream rein. Link zum Stream in der Beschreibung. Los geht's. Wir sehen uns beim Stream. Bis gleich.